Hallo und herzlich willkommen am 14.12.2020, 10 Tage vor Weihnachten. Das sind wieder meine Corona-Zahlen, das ist durch. Und Niederhistorien nie erinnert bezogen, wie alle Informationen. Momentan haben wir 31.787 Erkrankte. Das Verhältnis zu denen, die jeden Tag gesund werden und zu denen, die sich jeden Tag infizieren, wird es kleiner. Ähm, es werden jeden Tag mehr gesunder. Ähm, wir haben momentan, denn wir haben seit Corona-Ausbruch 300.021, 962 Infizierte gehabt. Haben seitdem 200.084, 174, ähm, gesunde, wieder gesundete, 404.530 Todesfälle. Davon sind in Niederösterreich 679 Tote. Ähm, hospitalisiert sind in Niederösterreich momentan 484. Intensiv situationsbetreut sind in Niederösterreich 87 Fälle. Die Massenteste in Niederösterreich und Oberösterreich und den umliegenden Bundesländern haben nicht viel gebracht, weil bei uns waren 5.000 Einwohner circa, ähm, nicht mal ganz 2.000 beim Testen waren. Ähm, und so sitzen jeden in dieser Ortschaft in der Umgebung aus. Also, ob die Massentestungen mit Belohnung im nächsten Monat mehr bringen, würde man sehen. Aber, da, die Chefleute von verschiedenen Firmen, die Leute sogar anhalten, nicht zum Test zu gehen, damit sie die Filialen nicht zusperren müssen, glaube ich nicht, dass das was bringt. Und, naja, das war's wieder von mir und dein Corona-Infos. Ähm, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.